Hallo und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizer in Thailand. Ich stehe hier an der Samroute in Pattaya und wir gehen jetzt gleich auf eine kleine Reise mit dem Motorrad durch verschiedene Strassen. Bleibt dran, ich fahre gleich los. Ja, wir biegen hier in die Soy Chayapum oder Soy 25 ein, das ist eine beliebte Barstrasse in Pattaya mit verschiedenen Bars, Massagen, Algo-Shops. Ein bisschen eine Konkurrenz oder Mitbewerber zu der Walking Street. Wir haben ca. 14 Uhr am Nachmittag, also die Bars, die gehen erst so langsam auf, darum auch relativ ruhig noch auf der Strasse. Vor ein paar Monaten an der Soy Chayapum ca. zu 80-90% der Geschäfte geschlossen. Heute, sprich Mitte, Ende September bald, zu ca. 90% wieder geöffnet. Es wurde in den letzten Monaten sehr viel umgebaut, renoviert und eröffnet. Wie das so überall in Pattaya, Pattaya selber oder auch Jontjen Beach Richtung Bangsaray Beach usw. der Fall ist. Wir biegen ab in die Soy Bakao und gehen hier gleich wieder rechts rein. Fahren jetzt in Richtung Second Route in Pattaya. Wir fahren hier mal frech am Stau vorbei auf der Gegenfahrspur und biegen hier in die Soy LK Metro ein. Hier in der Soy LK Metro brummt es jeweils am Abend. Da hat es sehr viele Agogo Lokale und Bars. Hier findet sehr viel im Inneren der Gebäude statt, sprich nicht offen und einsehbar wie an anderen Orten. Also am Abend jeweils sehr sehr viel Betrieb. Zum Teil sind jetzt die Rolleraden ein bisschen geöffnet. Sie sind am Reinigen, Rausputzen und bereit machen für den Abend. Links und rechts ein Agogo Shop vom anderen an. Wir biegen jetzt wieder links ab, fahren in die Soy Bakao rein. und nehmen dann gleich wieder den ersten Abzweiger links weg in die Soy 11 oder besser bekannt unter Soy Honey. Sehr viele Massage Shops und auch wieder einige Bars. Hier waren die Lokale erstaunlicherweise während der ganzen Covid Zeit geöffnet. Das war ein Teil davon. Und das jeweils schon ab 10 Uhr am Morgen konntest du da kriegen, was dein Herz begehrt hat. Auch hier sind einige Lokale wieder umgebaut worden, neu eröffnet worden und zu 90% auch hier inzwischen wieder offen. Man sieht auch überall die Frauen draussen sitzen. Ein Hotel das geschlossen ist. Das ganze sieht auch nicht mehr so anmächig aus. Ja und wir nähern uns schon wieder der Second Route. Und das bedeutet auch gleich das Ende des Videos. War ein bisschen ein kürzeres heute. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wie immer Daumen hoch. Und abonniert doch meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Tschüss. 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 Tschüss.